V-Mann feiert sein 25-jähriges Fliegerjubelung zünftig nach alter Väter-Sitte. Nach alter Väter-Sitte. Und da muss eine Wutze herhalten, die arme Wutze. Und los geht's! Willst du ja was Gescheites haben, oder? Die Wutze ist noch! Eine schöne Wutze, oder? Ja, die Wutze haben wir uns verdient. Und der Christian hat sie spendiert, aufgrund dessen, dass wir bis nachts um halb eins seinen Flieger repariert haben, im Hangar von Worms, nachdem er in Fuchsbau gerollt ist, mit einem Fahrwerksschaden, auf die Nase, zwei Propellerblätter kaputt. Und er ist trotzdem den nächsten Tag mit nach Dachsfort geflogen. Also, weil er das so toll fand, dass die Kameraden da so zusammengehalten haben, hat der Christian diese Wutze spendiert. Prima! Super! Ja, hopp ran an den Speck! Auf an die Wutze! Auf an die Wutze! Auf an die Wutze! Auf an die Wutze!